Also, heute spielen wir Only Climb. Nicht unter die Hose gucken hier. Mit einigen tollen StreamerInnen. Genial, wir haben Gipi, wir haben Items, wir haben Schlorox, wir haben Shagis, Asta und Putty. Genau, Putty ist auch noch dabei. Und ich. Es ist auch hier wieder aller Anfang ist einfach, beziehungsweise schwer. Also normalerweise kann man so eine Kopfnuss geben und dann kannst du die Leute so runterschubsen. Was natürlich nochmal besonders gemein ist. Also du kannst jetzt nicht nur zusammenspielen, du spielst eigentlich auch so ein bisschen gegeneinander. Und das wird ein bisschen frustrierend. Ich ahne, welche Geräuschkulisse uns erwarten wird, wenn geschubst wird. Ja, ist. Vor allem, wir sind da irgendwie so sechs Leute oder so. Ich weiß gar nicht, sieben, sechs Leute? Acht sind wir sogar. Ja, guck mal hier. Ich bin ja alleine schon so blöd. Das Spiel ist ja gestern Abend erst rausgekommen, tatsächlich. Also gestern Abend, relativ spät, ist das Spiel rausgekommen. Ich weiß auch noch gar nicht, wie hoch es hier geht. Insgesamt gibt es hier auch sowas wie Betten. Die Betten hier sind aber Müllcontainer. Das sind so diese typischen amerikanischen Trash-Container. Also, wenn ihr die seht, werdet ihr die wahrscheinlich erkennen. Das sind jetzt keine europäischen Mülltonnen oder... Keine Ahnung, ob das überhaupt eine europäische Norm ist. I don't know. Und es gibt einen Tag- und Nachtzyklus. Also es wird irgendwann Nacht und dann kann ich hier meine Fackel rausholen. Und muss mich mit der Fackel guiden. Man sieht auch schon, da hinten bei den Schatten, dass die Sonne sich verschiebt. Kommen da auch nachts Creeper und spinnen. Genau, man kann auch sein Haus bauen. Man kann eine Diamantspitzhacke bauen. Weißt du selber, ne? Hier wird es dann irgendwann, wird es ja auch die krassen Videos geben mit irgendwelchen Speedruns etc. Aber das Besondere ist halt, wie gesagt, wir spielen gleich zu 8. Es wird übelst chaotisch, denke ich. Da ist zum Beispiel, seht ihr schon, da unten ist so eine Müllkiste. Die habe ich jetzt gerade erst entdeckt. Yo! Okay, 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 okay. Alter, ja. Nice, das Skip. Hab das Spiel basically schon durch. Ich weiß auch gar nicht, wie hoch es genau geht. Also die höchste Stelle, die ich bisher erreicht habe, die ist auch noch nicht so weit weg. Junge, Deutsch, Englisch, alle Sprachen. Ich kann sie nicht. Egal welche. Jetzt haben wir erstmal einen Jackpot. Ja, einen Checkpoint. Hier ist auch wieder so ein Ding. Zack. Ihr seht schon, ich habe das schon rausgefunden. So, hier siehst du, machen wir hier die Fackel an. Und hier ist dann halt so das Ding, wenn man hier jetzt mit 5, 6 Leuten rumläuft, man kann sich die ganze Zeit schubsen. Man kann sich hier einfach runterschubsen mit so einer Kopfnuss. So einer Kopfnuss. So. Und das sieht aus wie so eine... Wie fällt doch da auseinander, oder? Man ist jetzt natürlich so ein bisschen gebrannt, Marc, von etwaigen anderen Spielen. Wie viel noch vor Kalle liegt... Ey, wieso wisst ihr immer schon alle, wie das Spiel ausgeht? Das Spiel ist keine 24 Stunden draußen. Wie wisst ihr denn schon, wie weit das hinausgeht? Das kotzt mich schon wieder an. Das wird neblig. Oh, scheiße! Nein! Ja, wir müssen jetzt auch ins TeamSpeak. So eine Scheiße. Hallo! 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 Also, ich möchte, dass ihr alle wisst, was im Spiel passiert, bleibt im Spiel, ja? Hast du da auch noch, Brett? So, hallo. Kann man nur ein 1 und 2 bringen wieder? Ich mag das nicht. Nicht schubsen. Warum sehen wir denn so wenige gerade aus? Sind die anderen schon irgendwo hochgeklettert? Die haben schon einen Vorsprung. Oh, nein! Ich bin einfach losgezogen, ja. Und mit X könnt ihr so... Oh, ich bin betrunken. Oh, scheiße. Was geht mit mir? Dann ist alle eine Linie. Das ist die Linie jetzt, oder was? Das ist auch eine Linie, also von dem her? Ich finde gut, dass Lohr immer noch hier auf dem Boden liegt. Ja, ich bin bereit. Eins, zwei, drei, los. Ich bin jetzt losgelaufen. Oh, das ist... Oh, müssen wir jetzt hier warten? Oskar, hör doch auf! Oskar! Alter, ist das euer scheiß Ernst? Ciao, ihr Loser! Ciao, Gibi! Jenny, bleib weg. Kalle, lass mal kooperieren. Nee, 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 nee. Ohne schubsen, okay? Nee, du machst das nicht. Let's go, Potti! Nein, ich fliege! Ah, schön. Wer brucht den Buben der Pansatz? Und wenn man Prime Stops haben kann, was ist denn da los? Mann, ach Mann, ey, Mann, das ist doch richtig scheiße. Dynamischer Tag, Nachtwächs. Nein, 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 ich bin so dumm. Schwerkraft ist eine Bitch. Ja, ja. Nee, nee, nee. Hey, hey! Ja! Mann! Bittchen, mach's gut. Ich habe einen Müllcontainer gefunden. Ja, spring mal drauf. Halt die den Aue! Oh, scheiße! Sein Lampel! Wow, einfach verleidigend. Das finde ich nicht so cozy von dir, muss ich sagen. Das finde ich nicht so cozy. Ja, genau, das habe ich auch. Du musst doch genau so sagen, darf man. Ich frage nicht, Alter, ich frage gar nicht. Lass es mal ernst machen jetzt. Lass es mal ernst machen. Dieses gerade Auslaufen ist aber auch eine Schwierigkeit in dem Spiel. Das ist faszinierend. So, jetzt bin ich ein Faschel. Ich hoffe, mein Leben ist alles scheiße. Krieg aber sehr schnell. Neulich noch getweetet, also bei mir ist alles super in letzter Zeit. Du willst mich doch komplett ficken, Alter! Du willst mich doch komplett ficken! Wir sind auch Freunde, oder? Ach, da würde ich nicht fragen. Der kommt wohl den Weg runter. Ach, der hört euch gar nicht. Der hat Musik an. Ach, der macht jetzt wieder die Akkuschiene. Oh, Mann, ey. Jen, hör auf und zu DDoßen hier. Ich mach da gar nichts. Hast du gesehen, hast gehört, wie die vom Schalter vom Router runtergegangen ist? Was machst du hier, Kalle? Du bist... Du bist nicht blockiert! Sauer. Ich bin nicht irgendwie sauer! Ich bin fucking real sauer! Wenn jemand sauer auf mich ist, dann... Ich bin sauer auf dich. ...muss ich den grundsätzlich eigentlich auslachen. Oh, Kalle, das ist ein schlechtes Teil. Du musst dich gut entscheiden, welchen Weg du willst. Was? Das ist ja dieses... Das fällt ja durch. Ich bin durchgefallen. Genau das. Ja, das ist mir auch... Ich find's was lustig. Tut mir leid, muss ich lachen. Okay, jetzt bin ich ganz un... Mann! Wenn jemand gerade vor mir geht, glaub ich... Na ja, tschau. Digga, diese Leiter... Jedes Mal diese Verfi... Wo man sich gar nicht dran festhalten kann! Dreckscheiße! Welche Straße ernehmt? Oh mein Gott, ich bin... Nein! Nein! Ich hasse mein Leben noch, Mann! Letztens warst du noch glücklich. Oh Gott, geil! Wusstest du bei dem Tankarraff? Nein! 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 Ich schreie die ganze Zeit, weil ich die Leitern nicht schaffe. Und es gibt eine beschissene Mülltonne, die mich genau die Leitern skippen lässt. Jawohl! Hallo, wer ist das? Hallo, Jennifer! Guten Tag! Achlo, moin! Ich wurde gescamt! Ich kotze im Schraub, nicht! Ah! Wohin? Der Mehrweg ist Pfandflasche, ne? Und ein Weg ist nicht Mehrweg. Das ist auch so eine schlaue Aussage. Es gibt halt manche Leute, die haben Philosophie studiert, ohne ein Studium zu belegen. Das fände ich. Wer ist denn alles schon... Er hat denn vorhin folgendes gesagt. Ey, lass uns so lange spielen, bis wir es durch haben. Lass die Kassen lang durchmachen. Es ist so cool, ey. Wirklich. Hallo, so kling ich nicht. Achso, sorry. Lass uns den ganzen Tag durchmachen. Ich bin die Johnny. Hö, hö, hö. Ah, Schwerkraft ist ne Bitch. Ich sag's euch, ey. Das ist unglaublich. Ich wurde glaube, exportiert. Ja, hu, hu, hu. Ja, ja, ich bin fertig. Komplett? Nein, natürlich nicht. Quatsch. Ich hab's nur endlich an dieser scheiß Autobahn vorbeigeschafft und den Autos. Nein, Schwerkraft. Irgendwo ist ein Container. Doch. Say good night. Doch, ich meine es. Nein, 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 nein. Nichts verloren, alles gut, alles gut. Bro, als ob ich mich da nicht festhalten kann! Jetzt bin ich hier wieder auch alleine. Also nirgendwo seid ihr. Ihr seid nicht oben, ihr seid nicht unten. Wo seid ihr denn? Ich bin verloren. Jenny, wir fahren Youngcat. Machen Sie mal Ihr Technik ready. So, pass auf. Ich spawne jetzt und sage nicht Bescheid, wenn ich hochfahre mit den Dingen. Ich wollte warten auf Asta, aber jetzt nicht mehr. Tschüss. Wo ist das lustig, Chat? In welcher Welt ist das lustig? War ihm hat es geklappt? Ich zeige ihm die Scheiße und ich fahre runter. Ganz ruhig, Jenny. Endlich wieder Fahrschiff ran. Das heißt, du hast die ganzen Kreis... Achso, die ganzen Kreiswaffenwagens gibt. Ja, alles klar. Danke dir. Also, wo ihr über die Autos springt und dann dieses runde Teil kommt, da können die links runter springen. Dann geht ihr direkt hoch zum Fahrstuhl. Aaaaaaah, sie will den Arsch! Schade! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Man! Gar nicht. Doch, klar. Aaaaaaah! Nein! Warum? Gegen ihn! Okay, also ich bin jetzt in der Tonne an der Straße nach oben. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Also, ich finde wirklich, was im Spiel fehlt, wenn ich hier gerade mit Multiplayer aufströmen will, dann ist das echt eine Anzeige, wo die anderen... Aaaaaaah! Also, Dinge, die ihr beschreibt, habe ich noch nie gesehen. Ich habe das Gefühl, ich spiele einfach Koop einfach mit Items zusammen. Aaaaaah! Ich suche hier am Boden gerade die Abkürzung nach oben. Chat, so weit waren wir noch nie! Muss ein bisschen hopsen, aber geht. Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! Da kommt sie geflogen! Man, diese Legs sind zum Krott. Schatt! Hast du? Ah, sie hat's. Aber ich fall jetzt erst noch in den zweiten Fahrstuhl. Also, Rinkmann, wir hören aber einiges zur Team. Ach so, der... Ähm... So weit waren wir noch nie! Adi? Adi? Nein, 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 nein! Ja, wirklich, ey. Weiß nicht, ob das hier... Aaaaaah! Richtige Technik ist! Aaaaaah! Die Technik! Alle, die Technik! Aaaaaah! So, jetzt Yippie, oder wer ist das? Äh, Jen. Oh, ehrlich. Wo muss ich hin? Genau, guck mal. Geh mal an die Ecke. Weiter, weiter. Und jetzt guck runter. Da unter ist der Dumpster. Ich frage dich nur eine 3 von 10. Jaaa... Ich glaube, das kommt doch bei ihm gerade an. Und Jenny hängt in der Brücke fest. Hilfe! Du kannst jetzt vielleicht auf dem Basketball springen oder auf dem Fußball? Schaffst du das? Ja. Klasse! Und... Oh, hat nicht geklappt. Ich bin einfach runter. Nein, nicht! Also, wenn ich jetzt ganz runterfahre, hab ich keinen Bock mehr. Warte dann gerade hin. Cool. Cool. Ich hab den Zaun geschafft. Ich bin glücklich. So, und jetzt warte ich, bis Jenny kommt und schlubst sie runter. Das ist ein echt guter Plan. Nein. Natürlich. Oh, hier geht's ja tief runter! Eieieiei! Oh, ich hab die Schienengleise erreicht, Freunde. Die Schienengleise? Was gibt's sonst noch so? Was ist das? Wenn du jetzt hochguckst, siehst du so Gleise und da bin ich drauf. Hallo! Schienengleise. Auf den Schienengleisen, genau. Wer ist das denn? Hallo! Achso! So, Leute, es war nett. Ich bin raus, sonst haust ich das kaputt. Danke für die Runde. Boah! Alter, ich bin so gut! Wirklich! Also, ich bin impressed von mir selbst. Ich bin schon wieder auf den Schienengleisen, aber auf neuen. Profilaktisch war das nicht so praktisch. Ahh! Oh, ich hab's geschafft! Kein Problem, alles gut! Oh, nein, ich bin stuck. Wo muss ich denn von den Autos hier skippen? Der Zug fährt! ich bin so hoch wirklich aber ich glaube die motivation wirklich im keller weil also hier komme ich dann bin schon über den wolken genauso das war nicht so schlau das war nicht so schlau ist das ein spiel wer macht so was nein 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 so 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 so